Also wie war Robert Geis als Kind? Als Kind? Ja, also 12, 13. Ja, meine Mutter warnt mich immer, darüber zu reden. Wieso? Und auch einer, der nicht gerade so brav war, sagen wir es einfach mal so. Ich war auch nicht unbedingt der Fleißigste in der Schule. Dementsprechend hast du dann natürlich auch nicht die großen Chancen, ein Gymnasium und zu studieren und so. Das war für mich eigentlich nie ein Thema. Deswegen bin ich dann meinen Kumpels hinterher, die auch mit mir Fußball gespielt haben. Die sind alle auf die Hauptschule gegangen. Da habe ich gesagt, Hauptschule ist cool, da musst du nicht zu viel touren. Also da bist du erst mal richtig. Mein Vater hat eine große Spielwaren-Karnevalsartikel-Firma in Köln gehabt und das wäre eigentlich unsere Perspektive gewesen. Da gab es ein Gehalt von 1500 Mark und von 1500 Mark konntest du weder leben noch sterben. Also das war auch damals schon zu wenig. Wir haben dann angefangen in dieser Fitnessbranche, weil die kamen, war damals schon Miss Fitness und Miss International. Man hat dann festgestellt, es gibt immer mehr Fitnessstudios, die kommen praktisch wie so Pilze, sind die aus dem Boden geschossen und diese Leute waren natürlich potenzielle Kunden. Was war das Erste, was ihr dann denen verkaufen wollt? Maskelshirts, T-Shirts, Hoodies, die wir dann bedruckt haben mit irgendwelchen Fitnessmotiven. Man merkt ja, du und ihr, ihr verstellt euch nicht für die Kamera. Ihr seid halt, wie ihr seid und entweder man mag es oder man mag es halt nicht. Exakt. War dir das von Anfang an klar, dass du sagst, okay, so will ich auch im Fernsehen sein? Das war uns ziemlich klar und deswegen haben wir uns ja auch relativ schnell dann von diesen ganzen Produktionsfirmen losgesagt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine Family-Doku-Soap machst mit fremden Leuten und die können dann hinterher schneiden, wie sie es wollen. Konflikte, 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 das bringt Content. Da freut sich der Sender immer, so hieß es damals. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht streiten. Wir sind ja eine Familie, wir fahren in Urlaub etc. Klar kann es da auch mal ein bisschen Streit geben, aber den muss man ja nicht in den Vordergrund stellen. Hast du dir diese Gedanken gemacht, als du gesagt hast, okay, ich kriege jetzt Kinder, wie gehe ich mit Kindern mit Geld um? Nee, also die Kamen hat ja im Prinzip neun Fehlgeburten gehabt. Das musst du wegdecken und da war die Kamen, glaube ich, auch stark genug und wir waren in der Partnerschaft auch stark genug und haben uns da gegenseitig dann auch den Hals gegeben. So, ich sitze ja heute mit Robert Geis, ein Gesicht, was wahrscheinlich vielen Menschen bekannt sein wird. Aber wie würdest du dich denn in deinen Worten vorstellen? Ja, das Einfachste ist, ich bin der Robert, Robert Geis. Wir machen erfolgreich seit zwölf Jahren die Geissens und jeder, der montags schon mal RTL 2 eingeschaltet hat, kennt uns. Wie ist die OMR aktuell für euch? Ja, das ist voll, ziemlich viele Leute. Ich war letztes Jahr einmal da mit Rezo eigentlich nur, um quasi bei ihm auf so eine Masterclass mitzugehen. Und da war ich auch total verwundert, wie voll das ist. Das ist wie so ein kleines Oktoberfest. Ja, ihr stecht ja auch so ein bisschen aus der Masse raus. Ja, und dann auch mit ganzer Family. Wir wollten den Kindern mal zeigen, wie das so abgeht, wenn man hier in Deutschland aufschlägt, weil die kriegen das ja eigentlich gar nicht mit, dass die Leute uns tatsächlich kennen. Ja, klar. Monaco, wenn du überhaupt, hast du da mal ein paar Deutsche, klar, da machst du mal ein paar Fotos oder wenn du auf Ibiza bist oder Mallorca oder weiß der Kuckuck, warum. Wie oft seid ihr so in Deutschland? Selten, ganz selten. Ein-, zweimal im Jahr. Die Kinder so gut wie nie. Die können gerade Deutsch, weil sie mit uns Deutsch sprechen müssen. Ja, ich kann's. Ja, das ist klar. Wir sind geboren in Monaco, aufgewachsen da. Für die ist die erste Sprache Englisch. Dann Deutsch oder Französisch. Ja, hier. Ja, Social Media macht mir halt sau Spaß. Also ich bin ja quasi auch damit aufgewachsen, hab die ganzen Leute verfolgt, die kommen, die gegangen sind. Und da hat man ja auch irgendwann so ein Gefühl dafür, okay, was haben die Leute gemacht, die es wirklich langfristig geschafft haben, da zu sein. Und deswegen, das ist... Ja, ich mach diese ganze Social Media Kiste, die machen jetzt so ein bisschen das Hobby. Meine Kinder machen das ein bisschen professioneller, kamen auch. Ich mach das einfach so, nur angefangen. Und wenn ich Lust hab, poste ich mal was. Meistens muss er das sogar für mich machen, weil ich zu faul dafür bin. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, ich mach jetzt hier den heutigen Podcast mit, weil du weißt ja logischerweise gar nichts über mich. Wie kamst du zu gesagt, hey, ich mach das trotzdem? Ja, weil er hat zu mir gesagt, das ist eine coole Nummer, aber er hat mir gut zugeredet, genau. Er hat mich auch überredet zu der OMR-Kiste damals. Ah, okay. Normalerweise ich sowas eigentlich... Was war da der Hintergrund, dass du gesagt hast, hey, ich mach das jetzt das erste Mal? Ja, auch er. Der kam an, wie heißt er, und meinte dann, ja, das ist cool und das gibt eine andere Reichweite und das gibt ein anderes Potenzial nochmal. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, dann machen wir das mal. Mal gucken, was passiert. Und ich wusste ja nicht, dass das dann am Ende der erfolgreichste wurde, den die, glaube ich, hier aufgenommen haben. Richtig? Ich hab's auch gesehen, hat ihm über, weiß nicht, wie viele Aufrufe. Es war richtig, richtig krass zu sehen, was da ging, auch auf YouTube. Obwohl ja nicht mal ein Video dabei war. So, wir haben ja selber angefangen, so einen Podcast zu machen. Wie viele Folgen haben wir gemacht? Acht? Zehn Folgen. So, und dann bot sich das natürlich an, zu sagen, alles klar, machen wir das auch mal. Ich mach mal das Ding hier auch lautlos. Mein erster Kontakt mit, ich sag jetzt mal, dir und euch als Familie war ja auch einfach im Fernsehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, früher mit den Eltern, irgendwie die Geistens geschaut. Und was ich immer so spannend finde, ich kenn dich ja quasi. Wie alt warst du damals, so vor den ersten Folgen, auch als Goodbye Deutschland angefangen hat? Wir haben angefangen vor zwölf Jahren mit der eigenen Show, vor 13, 14 Jahren, dann mit dieser Goodbye Deutschland Geschichte. Wenn ich das jetzt zurückrechne, da war ich so was Mitte, Mitte, Anfang 40, Mitte 40. Ich kenn dich ja quasi nur ab diesem Alter. Und was ich immer so spannend finde, ist bei so interessanten Personen zu sagen, okay, wie warst du ganz, ganz, ganz früher? Also wie war Robert Geist als Kind? Als Kind? Ja, also zwölf, dreizehn. Ja, meine Mutter warnt mich immer, darüber zu reden. Wieso? Ja, als Kind war es eine ganz andere Welt zum damaligen Zeitpunkt wie heute. Ihr habt heute diese Social-Media-Geschichte, ihr habt das Internet etc. Wir hatten das alles nicht. Ich bin damals Fußballspielen gegangen, praktisch den ganzen Tag, wenn ich nicht in die Schule musste. Und das war im Prinzip so der Lebensinhalt. Da gab es keine Videospiele, es gab diesen ganzen Zauber nicht. Du konntest dich höchstens zu Hause hinsetzen. Dann hättest du mich ärgerlich Schnee oder Monopoly spielen können. Und das wird dann irgendwann auch langweilig. Was anders gab es ja damals nicht. Ich kann mich erinnern, in den Anfängen hattest du maximal zwei, drei Programme. Erste deutsche Fernseher, zweite und dritte. Und das war es. Und dann konntest du dir dann am Wochenende das Sandmännchen angucken und so scherzen. So, und das war eine ganz andere Zeit. Und da musstest du dich ganz einfach mit deiner Clique, mit deinen Freunden treffen und dann ging es auf den Bolzplatz. Warst du einer der Coolen in der Schule? Ja, einer der Coolen und auch einer, der nicht gerade so brav war. Sagen wir es einfach mal so. Aber wusstest du dann schon immer, okay, dass es dieses normale Schulsystem und so weiter ist, nicht das, wo ich dann irgendwann mal später einfach in die Berufswelt so einsteigen möchte? Ja, das war mir relativ früh klar, weil ich war auch nicht unbedingt der Fleißigste in der Schule. Und dementsprechend hast du dann natürlich auch nicht die großen Chancen, ein Gymnasium und zu studieren und so. Das war für mich eigentlich nie ein Thema. Und deswegen bin ich dann meinen Kumpels hinterher, die auch mit mir Fußball gespielt haben. Die sind alle auf die Hauptschule gegangen. Da habe ich gesagt, Hauptschule ist cool, da musst du nicht zu viel touren. Also da bist du erst mal richtig. Und wie war dann der Weg? Also wie hast du es dann, wie, also jeder kennt glaube ich so ein bisschen Uncle Sam und dass das so das war, was dich erfolgreich gemacht hat. Wie war so Weg quasi zwischen Schule und, dass du das angefangen hast? Ja, zwischen Schule und Arbeiten, da waren natürlich noch ein paar Wege dazwischen. Mein Vater wollte natürlich schon, dass ich noch ein bisschen mehr Ausbildung mache als nur die Hauptschule. Dann habe ich eine Lehre angefangen, eine kaufmännische. Dafür habe ich dann auch ein Jahr länger gebraucht, als wie jeder andere, weil da war ich auch immer noch faul. Also das mit dem Fleiß, der kam erst später, der kam erst eigentlich mit dem Geldverdienen. Dann musste ich zwangsläufig wie jeder andere die Bundeswehr absolvieren. Das waren natürlich auch anderthalb verlorene Jahre. So, aber okay, haben wir gemacht. So, nach dieser Geschichte bin ich dann zu meinem Vater arbeiten gegangen, erst mal ganz normal und habe dann festgestellt, das wird nichts werden. Was hat dein Vater gemacht? Mein Vater hat eine große Spielware und Karnevalsartikelfirma in Köln gehabt, eigentlich einer mit der größten in Deutschland. Wäre eigentlich ein gutes Polster gewesen, Haken dabei war. Das heißt, du bist eigentlich auch schon mit Erfolg in der Familie aufgewachsen? Ja, auf jeden Fall eine Handelsfamilie. Mein Opa hat damit schon angefangen und mein Vater hat es übernommen mit seinem Bruder und das wäre eigentlich unsere Perspektive gewesen. Ich und mein Bruder hätten diese Firma dann weitergeführt, hätten die übernommen und würden jetzt heute Pappnasen verkaufen und Karnevalskostüme oder sowas. Und wir haben aber relativ schnell festgestellt, die waren ziemlich jung. Mein Vater hat relativ früh dann mich auch bekommen oder konnte sich nicht beherrschen beim Kindermachen und dementsprechend war der nur 20 Jahre älter oder 21 Jahre älter und dann kannst du dir vorstellen, dass du, wenn du so einen jungen Vater hast, der da mit Mitte 40 und du willst da Geld verdienen, da war nichts zu verdienen. Da gab es ein Gehalt von 1500 Mark und von 1500 Mark konntest du weder leben noch sterben. Also das war auch damals schon zu wenig. Und dann haben wir relativ schnell überlegt, was können wir tun und haben alles Mögliche verkauft. Und haben dann angefangen, uns selbstständig zu machen. Ich und mein Bruder, ich habe meinen Bruder mit rausgezogen, weil ich natürlich in dem Moment auch nicht wollte, dass der unter Umständen hinter den Pferd, der nicht schon Betriebe übernimmt und ich stehe auf der Straße. Wie gesagt, wenn, dann beide raus. Hättest du jetzt auch sagen können, du wolltest natürlich, dass er auch erfolgreich wird. Ja. Gott sei Dank sind wir ja beide dann erfolgreich geworden. Ja, und haben uns dann selbstständig gemacht und haben dann angefangen in dieser Fitnessbranche, weil die Carmen war damals schon Miss Fitness und Miss International und diesen ganzen Zauber. Warst du auch in dieser Branche drin, quasi privat? Nee, nee. Ich bin praktisch durch die Carmen da reingerutscht in diese Branche der ganzen Fitnessleute etc. Man hat dann festgestellt, es gibt immer mehr Fitnessstudios, die kommen praktisch wie so Pilze, sind die aus dem Boden geschossen und diese Leute waren natürlich potenzielle Kunden. Das war noch die Zeit, als irgendwie Leute gedacht haben, Protein wäre schädlich und irgendwie alles Mögliche. Ja, 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 aber sie kamen eben. Es kamen immer mehr, immer mehr und die Leute sind auch in die Sportstudios gegangen und du hast natürlich da nicht nur den Sportstudio-Inhaber als potenziellen Kunden gehabt, sondern auch diese 500 Mitglieder, die Members oder 1.000, es gab ja Sportstudios, die auch schon 1.000 hatten, 1.500 Leute und das war natürlich ein Markt und da haben wir dann angefangen, praktisch ähnlich wie damals Gold Gym oder Vida und wie diese ganzen Firmen alle hießen, Gym 80 und Platinum, American Fitness Shop, das waren praktisch damals alles die Mitbewerber, die da auch schon in diesem Branche tätig waren und wir haben dann angefangen, über Vertreter haben wir versucht, an diese Fitnessstudios zu kommen. Was war das Erste, was ihr dann denen verkaufen wollt? Muskel-Shirts, Muskel-Shirts, T-Shirts, Hoodies, die wir dann bedruckt haben mit irgendwelchen Fitnessmotiven und dann sind wir auf die Idee gekommen, Onkel Sam zu machen, weil ich hatte damals einen Laden auf der Ehrenstraße in Köln, Boutique mit Onkel Sam und das war eine Marke, die aus Spanien kam, die aber nicht komplett weltweit registriert war. Also haben wir uns die Lizenz kurzerhand in New York besorgt von dieser Onkel Sam-Kiste und haben damit eine eigene Kollektion aufleben lassen und damit ging eigentlich so ein bisschen die Erfolgsgeschichte los. Dann haben wir nur festgestellt, Wie war so der Vertriebsweg am Anfang? Ja, genau. Der Vertriebsweg war kompliziert, weil das mit den Vertretern hat nicht funktioniert. Die Vertreter haben zu wenig verdient, weil wenn die in so ein Sportstudio gelaufen sind, dann hat der eine mal ein T-Shirt gekauft, der andere hat mal vielleicht zwei Jogginghosen gekauft. Das war nicht das Große. Da konnte also kein Vertreter sein Sprit von bezahlen. Also musste er etwas anderes her. Und dann haben wir angefangen, damals mit Faltblättern zu arbeiten, dann kleine Kataloge von vier Seiten auf sechs Seiten auf acht Seiten. Und dann hat sich das Ganze einfach hochgepusht und wir waren dann am Schluss, wie ich den Laden verkauft habe, bei fast 300 Seiten. Von Lederklamotten bis hin zu Dissou's, über Bademode, diese ganze Gymnastikwehr etc. Das hat sich dann alles über diese... Darf man fragen, wie das so von der Umsatzentwicklung war? Also wie viele Jahre es gebraucht hat, um bei irgendwie mal was zu sein, wo du dich daran erinnern kannst und sagst, hey, irgendwie scheint das gerade zu laufen? Es ging relativ schnell. Also ich kann mich erinnern, im ersten Jahr, wo wir angefangen haben, da sind wir dann so rund um die 500.000 D-Mark Umsatz, was nicht so viel war. Da konntest du also noch nicht von leben. Das war eigentlich so eine Sache. Da haben wir zwischendurch noch ein paar Autos verkauft, damit ein bisschen Geld reinkam. Und ich hatte ja, wie gesagt, diese Boutique auf der Ehrenstraße, die ganz gut lief, die die Kamen geleitet hat. Und von diesem Zauber konnte man leben. Und dann im zweiten Jahr waren wir dann aber schon bei zweieinhalb Millionen, kann ich mich erinnern. Und dann ging das eigentlich dann ins dritte Jahr. Da waren es dann schon, glaube ich, sechs, sieben, acht Millionen. Und dann ging das Ganze, hat sich also nicht nur verdoppelt, sondern teilweise verdreifacht, vervierfacht durch diese Kataloge. Wir haben die Kataloge natürlich vervielfacht. Das heißt, die erste Auflage waren, glaube ich, hunderttausend. Die letzte Auflage, die wir gemacht haben, ist ca. 1,5 Millionen. Da kannst du ausrechnen, 1,5 Millionen. Da waren dann, dass Porto war, zweieinhalb Millionen, D-Mark damals, um diese Kataloge überhaupt an den Mann zu bekommen. Klar, ich erinnere mich auch noch, meine Mutter hat früher auch so Otto-Kataloge und sowas durchgeschaut. Das war die Versammtzeit. Also wenn jetzt jemand 20-Jähriges zuhört, kann die Person sich das nicht mehr vorstellen, wie das läuft. dass es das gibt, ja. Und wie war dann so der Weg zu sagen, okay, irgendwann ihr geht Richtung Verkauf? War das von Anfang an klar, zu sagen, okay, ich will eigentlich nur was gründen und dann irgendwann? Nee, das war nicht klar. Wir hatten ja, der Erfolg ist eigentlich auch gekommen, da wir eine Art, wie willst du das sagen, wir waren eine Art Großhandel. Das heißt, also wir haben ja unsere Klamotten mit einer Preisliste versehen oder beziehungsweise Kataloge mit einer Preisliste versehen und jeder, der einen Handel hatte, jeder, der einen Gewerbeschein hatte, konnte über diese Preisliste an das Rabattsystem kommen. Das Rabattsystem hat im Prinzip angefangen mit drei EK-Stufen. Du hast die EK-Stufe 1, 2, 3 gehabt und hast dann bis zu 50 Prozent auf den normalen Verkaufspreis Rabatt bekommen. Dadurch waren wir im Prinzip ein Versandhandel, der sich aufgestellt hat wie eine Metro. Das heißt also, ich habe dir jetzt beispielsweise als Fitnessstudio den Katalog zukommen lassen, wenn du für zweieinhalb Tausend eingekauft hast aufs ganze Jahr, dann warst du in der EK-Stufe 3 und bist da auch geblieben, solange du die Umsätze tätigst. Und das waren auch hauptsächlich für die Studios, die gekauft haben. Genau, dann haben Fittichstudios gekauft. Nein, wir hatten noch sehr, sehr viele Ärzte. Ärzte, wie kommst du da zusammen? Ja, ich habe ein schönes Beispiel. Wir haben natürlich damals über diese Adressverläge mussten wir ja an Adressen kommen. Und wenn du 1,2 Millionen Kataloge rausschicken willst und hast nur 5.000 Studios, dann reichen 5.000 Studio nicht. Aber du hast 20.000 Ärzte, du hast 25.000 Architekten. Und an die sind wir alle drangegangen. Also im Prinzip an Autohandel etc. Waren die damals schon so offen für Sportkleidung? Wir haben einfach die Kataloge hingeschickt mit der Preisliste, mit einem schönen Anschreiben dabei. Und dann haben die Leute, kannst du dir vorstellen, wenn du so ein Katalog hinterher 100, 200 Seiten hast, da war für jeden irgendwas drin. Der eine brauchte eine neue Badehose, der andere ein T-Shirt, der andere braucht ein paar Sportschuhe. Das heißt, ihr habt auch viel mehr gemacht als Sportkleidung? Wir haben praktisch 300 Seiten waren voll, von Lederjacken bis hin zur, ja, bis hin zum T-Shirt. Alles, alles praktisch, was du so an Streetwear, Sportswear gebrauchen konntest. Und der Weg dann zum Verkauf hin, wie kam das? Der Weg zum Verkauf, der kam eigentlich ziemlich einfach. Dadurch, dass wir eben sehr erfolgreich waren und die Leute mitbekommen haben, bei 1,2 Millionen Kataloge, hast du so ein Ding auch mal schnell in der Hand gehabt. Und da gab es natürlich auch Leute, die in den Chefpositionen waren, die das mitbekommen haben. Und dann kam als erstes der Kaufhof auf uns zu und hatte Interesse daran, weil die hatten damals schon den Oppermann als Versandhändler gekauft und waren dann interessiert, Versandhandelssparte auszubauen, um eben Konkurrenz zu Otto zu werden, etc. Und die waren als erstes interessiert und dann ist aber leider der Vorstand da in irgendeiner Form in Kritik gekommen und mehr oder weniger entlassen worden. Dann waren wir raus aus dem Geschäft und dann kam eine andere Firma, damals war das Tina Versand, auch ein Versandhandel, der damals schon 1,1 Milliarden umgesetzt. Und die waren dann interessiert und haben sogar noch mehr geboten dann als der Kaufhof. Und wir waren damals, ich war 29, wie wir in diesen Verhandlungen waren, mein Bruder war 27 oder gerade 27. Und da ging es natürlich... Habt ihr das komplett selbst gemacht oder hattet ihr irgendwie Berater noch mit dabei? Ne, das haben wir selbst gemacht. Wir hatten dann logischerweise einen, der uns dann rechtsanwaltmäßig natürlich mitberaten hat, wie man sowas verkauft, wie das dann läuft. Und die haben relativ viel Geld geboten damals und dann haben wir gesagt, komm, lass uns den Sack zumachen, dann haben wir die Kohle und dann schauen wir danach, was wir machen. Und die haben direkt 100% genommen? Und die haben direkt 100% übernommen. Die haben mich dann noch verpflichtet, fünf Jahre mit einem Beratervertrag. Aber wenn du dich da dann ein bisschen dumm anstellst, bist du aus dem Beratervertrag auch schnell wieder raus. Hast du das gemacht? Nein, nein, nein. Aber die waren dann relativ schnell im Business drin, weil das Business war ja nicht so kompliziert. Du musstest jedes Jahr deine zwei, drei Kollektionen machen, musstest deine Fotosession machen, den Katalog drucken, den Katalog an deine Kunden schicken und Umsatz produzieren. Ja, klar. Ja, ist ja super schlau, dass das sehr personenunabhängig gemacht wurde. Letztes Jahr habe ich einen Prozess mit CVC am Ende durch. Also wir haben auch diesen... Wir haben gesagt, okay, wir werden zu groß und ich bin nicht dafür geeignet, eine Company zu führen mit irgendwie 700 Leuten. bin ich nicht strukturiert genug dafür und dann haben wir gesagt, okay, wir holen uns jetzt auch Private Equity rein, irgendwie den ganzen Prozess gemacht mit den allmöglichen Namen, die man so kennt. Und dann am Ende war es dann auch eine Situation, wo ich jetzt tatsächlich mehr Anteile habe als vorher, weil die halt wissen, okay, vieles von der Company hängt halt quasi auch von mir ab und das ist natürlich dann sehr schlau bei euch gemacht, zu sagen, hey, das war von Anfang an personenunabhängig. Ja, von Anfang an nicht. Am Anfang war das natürlich schon personenabhängig, weil es ging ja dann alleine schon um den Geschmack rüberzubringen, die Kollektionen zu designen etc. Das ist dann schon auf unseren Mist gewachsen. Und wir haben dann natürlich versucht in den letzten zwei Jahren, wo wir wussten, da zeichnet sich was ab, da geht was, da kann man was verkaufen, haben wir natürlich angefangen, so ein mittleres Management einzusetzen. Ob die das jetzt fähig dafür waren, aber sie waren mal da. Also du brauchst ja dann noch irgendwann bei einer bestimmten Größe brauchst du dann noch Namen. Dann brauchst du eben einen Bilanzbuchhalter, dann brauchst du einen Chefdesigner etc. Die haben dann alle schöne Titel, ob sie es können, ist dann dann zweit dran. Ich weiß noch, wie mein Vater, als wir den Prozess gestartet haben, kam der auf mich zu und meinte so, hey, ihr braucht ein CFO. Ich so, okay, wofür brauchen wir ein CFO? Also glaubt mir, ihr braucht ein CFO. Ja, das brauchst du eben alles. Du brauchst dann gute Banken, die dann im Hintergrund sind. Wir haben seinerzeit dann in der Türkei produziert, eigentlich hauptsächlich und hatten da fast 5000 Leute, die für uns geschneidert haben, gearbeitet haben. Wir haben im Jahr, im letzten Jahr so circa 2,5, 2,6 Millionen Teile verkauft und das war in der damaligen Zeit schon viel, auch von der Logistik her, von allem. Wir hatten in Köln ein Lager von 10.000 Quadratmetern, wo 120 Leute gearbeitet haben. Das war damals in den 90er Jahren war das natürlich schon ein Riesenbum und gerade auch in dem Alter von 27, 29 in der damaligen Zeit warst du ganz anders aufgestellt, wie das heute ist, durch eben diese ganzen Möglichkeiten wie Social Media etc. Ja, es ist ja heutzutage, wenn man Social Media verstanden hat, ist es ja viel einfacher, etwas zu schaffen, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Also ich hatte es viel einfacher in der modernen Welt, weil man halt nicht mehr gebunden war an irgendwie, du musst dich mit Fernsehsendern gutstellen oder mit dem gutstellen oder dem Mittelmann, sondern wenn man quasi direkt die Zielgruppe erreichen kann. Das gab es natürlich damals nicht. Nein, du brauchst die Printmedien nicht. Ich weiß, wir haben im Jahr vier Millionen, fünf Millionen alleine an Werbeetage gehabt, die nur in die Printmagazine gegangen sind. Damals gab es dann Praline und Quick und weißt du, was für anstößige teilweise auch Magazine, wo du Werbung machen konntest, die dann interessierter daran waren, Dessous zu kaufen oder Joggingmode zu kaufen etc. Und wir haben das ganz gut dargestellt. Wir hatten immer die ganzen Fitness-Mädels da drin und die ganzen Bodybuilder. Das sah natürlich auch vom Auge her sehr ansprechend aus und haben dann ein bisschen Sponsoring gemacht beim Motorsport, wir haben Sponsoring gemacht beim Boxen etc., weil das eben alles das Klientel war. Jeder Türsteher ist damals mit dem Onkel Sam T-Shirt rumgelaufen und das war eigentlich der Erfolg der ganzen Marke. Dass die Türsteher mit Onkel Sam rumlaufen. Der Türsteher ist ja im Prinzip oder war damals auf jeden Fall der Hero. Der hat bestimmt, wer kommt in die Disco, wer kommt nicht rein. Wenn der natürlich draußen als Türsteher mit deiner Jacke stand, dann warst du natürlich am Start. Quasi früheres Influencer-Marketing. Ja, heute exakt. Das sind heute die Musiker, das sind heute die DJs etc. Wenn die deine Klamotten tragen, dann bist du am Start. Ja, ja. Und wie alt warst du dann, als der Verkauf stattgefunden hat? Ich bin dann über den Verkauf, na, ich war noch 29, einen Monat später bin ich 30 geworden. Du hast auch das Glück gehabt zu sagen, okay, ich habe in relativ jungen Jahren so viel Erfolg. Richtig, ja. Und danach, also wie, weil bei dir ist ja die Situation, ihr habt dann quasi von heute auf morgen den Großteil oder alles abgegeben und theoretisch kann man ja auch irgendwie in ein Loch fallen oder so danach. Also es gibt ja viele Storys. Ja, aber vielleicht waren wir in einem richtigen Alter. Weil wie gesagt, mein Bruder war 27, ich war 30. Wir hätten das Arbeiten ja noch nicht so lange erfahren. Wir haben das gerade mal so 10 Jahre gemacht und ich glaube, in dem Moment schaffst du auch noch so einen guten Absprung. Und das war dann in der Zeit sehr wahrscheinlich noch ganz günstig für uns. Und ich kann mich erinnern, wir haben im Dezember, ich glaube Anfang Dezember, das Ding verkauft, also final unterschrieben, haben im Januar dann unsere Kohle bekommen. Ich bin aus dem Skiurlaub zurückgekommen, komme zurück in mein Büro und da saßen logischerweise ja andere Leute schon. Da waren andere Manager schon am Wirken von der Firma, die uns gekauft haben. Und die meinten dann, ja, sie können jetzt eigentlich erstmal ihre Sachen packen, können nach Hause gehen und wir brauchen sie zunächst in Kollektionssichtung in zwei Monaten wieder. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Dann bin ich nach Hause gefahren, dann klingel zu Hause oder schließe zu Hause auf. Meine Frau kam und meinte, was machst du denn hier? Ich sage, ja, ich brauche da nicht mehr hin. Ich sage, ich brauche erst in zwei Monaten wieder zu kommen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, das war ein bisschen strange, bin ich ganz ehrlich. Und dann sind wir relativ schnell dann ja nach Monaco. Ich hatte dann zu einem Zeitpunkt schon in Monaco eine Wohnung gekauft. Wie kam die Wahl in Monaco? Hattet ihr davor schon? Ich hatte die Wohnung im November vorher schon gekauft, weil sich das abgezeichnet hat, dass wir das Ding verkaufen. Das ging ja nur noch um die Verträge, die da zu Ende verhandelt werden mussten. Und dann war klar, dass ich in jedem Fall Deutschland verlasse, auch in Relation damals viel im Geld, weil dann hast du natürlich auch Neider etc. Und der Freundeskreis wird sich ändern. Das wird einfach alles passieren in dem Moment, wo du auch nicht mehr arbeitest. War Sicherheit auch ein Thema? Sicherheit war auch ein Thema. Also eins kam zum anderen. Und natürlich Lifestyle. Darfst du nicht vergessen, an der Côte d'Azur hast du natürlich einen ganz anderen Lifestyle, als wenn du in Köln am Rhein spazieren gehst. War für mich klar, ich wollte immer in den Süden und dann hatte sich das auch direkt angeboten. Was hat sich am meisten verändert nach dem Verkauf? Am meisten hat sich verändert der Freundeskreis, der sich komplett gedreht hat, in dem Moment, wo du in das Ausland gehst. Dann verlierst du auch die meisten, also fast alle. War das damals noch so der Schulfreundeskreis oder von der Arbeit? Schulfreunde würde ich gar nicht sagen. Schulfreunde eigentlich nicht. Eigentlich mehr von der Arbeit. Du hast ja dann mit Leuten zu tun gehabt, egal, anderen Firmen, anderen Unternehmern, Leute, die du auf der FIBO kennengelernt hast. Die ändern sich dann, wenn du sie nicht mehr jeden Tag siehst. Ja, ich stelle mir das auch total schwierig bei mir vor, weil mein ganzer privater Umkreis ist eigentlich nur in der Company oder halt drumherum. Und dann baust du dir eben, du musst dir dann zwangsläufig ein neues Netzwerk aufbauen. Gerade wenn du dann auch weggehst, also selbst wenn du nur bis nach Frankreich kommst, ist das auch schon weit genug, um einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Aber das haben wir Gott sei Dank mit 30, kriegst du das ganz gut auf die Reihe. Was ich noch für einen Effekt hatte, wie ich verkauft habe, war, dass ich meine Privatsekretärin, die habe ich dann noch ein Jahr oder sogar zwei Jahre lang weiter beschäftigt, weil ich weder wusste, wie mein Reifen wechselt, noch wusste ich, wie mein Auto anmeldet, noch wusste ich, wo mein Handyvertrag war beziehungsweise die Lebensversicherung oder die Krankenversicherung etc. Ich finde das so spannend, weil ich habe in meinem Leben, ich habe noch keine Rechnung geschrieben, ich habe keine Steuererklärung gemacht, ich habe auch keine Ahnung, wie man eine, ich kann wahrscheinlich noch nicht meine Lampe auswechseln, so bevor ich mir ein YouTube-Video anschaue, weil ich auch das Glück habe, dass mein Vater das von Anfang an für mich gemacht hat. Und ich hatte, also ich muss auch leider sagen, ich, mein Vater ist so diesen Weg gegangen, diesen, man geht aus der Arbeiterfamilie quasi in die Mittelschicht, also irgendwie, der Vater wollte, dass er studieren kann und er hat dann studiert und ist dann irgendwie in die Beratungsfirme gegangen, superkrasse Examen, so sich quasi 100 Stunden lang pro Woche totgeknechtet für andere Menschen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich konnte das nie, also ich wollte es zwar irgendwie auch versuchen, damit ich nicht unerfolgreicher werde als mein Vater, aber ich habe mich im Studium und Co. irgendwie voll verloren gefühlt, weil mir das alles keinen Spaß gemacht hat und das klingt ja bei dir auch so, als ob du sagst, okay, ich kann nur Sachen machen, die mir Spaß machen. Ja, das ist bis heute so. Ich mache alles das nur, was mir Spaß macht und alles das, was irgendwo dann auch erfolgreich, das ist dann auch erfolgreich, weil es eben Spaß macht und das ist das, was wir ja heute auch machen. Die Fernsehsendung macht uns ja Spaß, das ist ja nicht so, als wenn es Arbeit ist. Das heißt, wir verfilmen ja praktisch unser Leben, wir sind ja keine Schauspieler, wir skripten nichts, wir müssen uns nicht irgendwo hinsetzen, müssen einen Aufsatz darüber schreiben, was wir nächste Woche machen wollen, sondern wir entscheiden ganz einfach mittlerweile jetzt in der Familie, früher, wie die Kinder klein waren, haben wir es alleine entschieden, was machen wir in den nächsten vier Wochen und sagen, okay, in der Woche ist Fernsehen mit dabei und dann drehen wir da und wenn irgendeiner an einem Tag keine Lust hat, dann dreht er eben nicht oder wenn irgendeiner krank ist, dann dreht er nicht oder wenn einer nicht mitreisen will, wie zum Beispiel Ende des Monats, wir gehen nach New York, ich gehe mit Carmen alleine, die Kinder haben keinen Bock, okay, dann bleiben sie zu Hause und dann drehen sie eben nicht mit. Und ich glaube, das ist der Vorteil, dass du das alles aus eigener Hand hast, dass du das alles selber bestimmen kannst und das ist für mich immer ganz wichtig gewesen. Ja und ich glaube, bei euch ist auch ein Riesenfaktor, man merkt ja, du und ihr, ihr verstellt euch nicht für die Kamera. So, ihr seid halt, wie ihr seid und entweder man mag es oder man mag es halt nicht und ich glaube, deswegen macht das euch wahrscheinlich auch noch Spaß, weil ich bin da genauso, die Leute wissen alles über mich, die guten und die schlechten Seiten, aber deswegen geht mir auch Social Media quasi nicht auf den Senkel nach fünf Jahren, weil ich weiß, okay, ich kann halt vor der Kamera so sein wie hinter der Kamera. War dir das vor allem klar, dass du sagst, okay, so will ich auch im Fernsehen sein? Das war uns ziemlich klar und deswegen haben wir uns ja relativ schnell dann von diesen ganzen Produktionsfirmen losgesagt. Wir haben anfangs ja die ersten zwei Jahre oder vielleicht waren es sogar drei mit Produktionsfirmen gearbeitet, weil wir das Know-how gar nicht hatten, weil wir gar nicht wussten, wie geht das, große Kameras und Schnittplätze und was du nicht alles dafür brauchst. Das war gut bei Deutschland, ne? Das war am Anfang gut bei Deutschland und ging dann über in die Geissens und die ersten zwei Jahre hatten wir dann auch noch eine Kölner Produktionsfirma und haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir eigentlich der Kopf des Ganzen sind, dass wir das entscheiden müssen und dass diese Firmen uns eigentlich nur im Vorfeld irgendwelche Sätze, hätte ich bereits gesagt, in den Mund legen wollen, wo wir keinen Bock drauf haben. Wir wollen authentisch sein, wir wollen das rüberbringen, was wir sind und wollen auch den Zugriff darauf haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine Family-Doku-Soap machst mit fremden Leuten und die können dann hinterher schneiden, wie sie es wollen. Die drehen dir die Wörter im Mund rum. Ich habe da so absurde Geschehen, ich habe zum Beispiel ein Interview mit dem SWR gehabt und die Frau hat mir so ein bisschen Fragen gestellt über Vitamin-D-Level und dann habe ich halt etwas erzählt, was quasi über ein Vitamin-D-Level von 18 Nanogramm geht, das ist quasi einfach die Einordnung und die haben das dann extra geschnitten hinter eine Frage, wo es halt nicht darum ging und wo sogar eine andere Zahl dann genannt wurde, wo man einfach sagt, hey, das kann ja nicht jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr sowas macht. Das war für uns dann eben klar, wir müssen das selber machen, das muss unsere eigene Firma sein. Ist das bei euch auch passiert? Also sind solche Sachen passiert, wo ihr sagt? Ja, nicht ganz, ganz, aber man hat natürlich Sachen reingeschnitten, wenn die Kinder mal geweint haben oder wenn man mal lauter geworden ist oder man hat sich gestritten, das war für die damals alles ein Highlight. Streiten in der Doku-Soap, ähnlich wie das ja teilweise in anderen Doku-Soaps passiert, da freut sich der Sender immer, so hieß es damals. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen uns nicht streiten, wir sind ja eine Familie, wir fahren in Urlaub etc. Klar kann es da auch mal ein bisschen Streit geben, in den Vordergrund stellen. Und das war das, was die Produktionsfirmen natürlich damals wollten. Konflikte, 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 das bringt Content. Das ist gerade für mich sehr hilfreich zu erfahren, weil ich habe letzte Woche habe ich die Anfrage bekommen von einer Redakteurin, die quasi auch rund um Good by Deutschland ist, weil wir sind jedes Jahr im Winter ein halbes Jahr in Kapstadt, wir sind einfach echt schön dort. Und ich bin auch so am hadern, ob das was ist, wo ich es wirklich machen will, weil ich genau diese Ängste vor Produktionsfirmen habe, dass es halt dann nur darum geht, irgendwie Reichweite zu erzielen und lieber mal Sachen falsch darstellen, um eine gute... Ja, du solltest dir auf jeden Fall den Zugriff aufs Material geben lassen, dass du in jedem Fall die Endabnahme machen kannst. Also wollen sie zwar meistens nicht, weil sie das nicht aus der Hand geben wollen, aber das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Würdet ihr auch externe Leute produzieren in eurer Produktionsfirma? Wenig, weil wir ja logischerweise jetzt die Geissens produzieren. Wir produzieren Davina und Shania, We Love Monaco, das ist auch ein neues Format, was die Kinder machen. Wir produzieren im Jahr circa, dieses Jahr waren es 48 Folgen. und damit sind wir ziemlich ausgelastet. Crazy. Man kann immer eine Kleinigkeit machen, klar, wenn jetzt einer mal nach Monaco kommt und sagt, ich will da mal einen Dach drehen, das könnte man mit Sicherheit realisieren und auch umsetzen, aber das ist nicht unser Main-Business. Wir konzentrieren uns praktisch auf das Business, was wir mit der Familie machen und nicht rechts und links uns noch irgendwo verhaspeln. Was würdest du sagen, also was ist deine Haupteinkommensquelle, wenn man das fragen darf? Sind das Reddite aus dem Vermögen oder irgendwie Fernsehen? Verschieden. Das ist natürlich auf vielen Blöcken aufgebaut. Ich mache diese Textilgeschichte wieder neu. Roberto Cassini habe ich mir damals schon 1994, 95 eintragen lassen, wie ich Onkel Sam verkauft habe, damit ich ein neues Brand hatte. Habe das eigentlich nie groß aktiviert und logischerweise durch die Präsenz im Fernsehen, durch Social Media war für uns natürlich klar, wir brauchen am Ende auch irgendwas mit Klamotten wieder und haben die Roberto Cassini dann aufleben lassen vor fünf, sechs Jahren und das ist sehr erfolgreich. Das ist eine Einnahmequelle. Die andere Einnahmequelle ist natürlich Fernsehen. Wenn du Fernsehen auf dem Niveau machst, wie wir es tun, mit 48 Folgen im Jahr, dann ist das ein Business, dann ist das auch ein Fulltime-Job. Dann mache ich auch immer noch nach wie vor viel in Immobilien. Immobilien ist natürlich auch eine coole Nummer und da ist auch viel Geld zu verdienen, gerade wenn du in Monaco oder in Dakota Syr oder jetzt auch in Dubai. Das sind Märkte, die natürlich noch schneller wachsen als wie die in Deutschland. Das ist ein gutes Business und logischerweise, ich habe ja damals auch einen Haufen Geld bekommen und die Aktien sind natürlich auch für mich gelaufen, auch wenn es nicht immer so war, auch wenn wir zwei Cracks hatten, aber das hat ganz gut funktioniert und von dem Kleingeld kann ich bis heute noch ganz gut leben. Ich habe bei Philipp im Podcast gehört, Philipp ist ja immer sehr, sehr gut, so pikante Fragen zu stellen, sage ich immer und er hat ja so ein bisschen aus dir rausgekitzelt, dass du über den 100 auf jeden Fall bist. Der Satz bleibt in Erinnerung. Ich bin gerade auf dem Weg zum Kinderwunsch mit meiner Partnerin. Wir haben jetzt Freitag zum Beispiel den nächsten Termin für die Behandlung und dann hoffen wir, dass das irgendwie funktioniert und so. Ich habe gedacht, die Kinder machen mal im Bett. Ja, es ist bei uns nicht ganz so einfach leider. War bei uns auch nicht so. Mit 20 wurde mir gesagt, dass ich unfruchtbar bin. War damals ein Schlag ins Gesicht so ein bisschen und habe dann aber mich so ein Jahr lang reingefuchst, um rauszufinden, okay, kann ich daran irgendwas machen? Ein Urologe hat mir gesagt, nee, geht nicht. Im Endeffekt, ich habe einen Arzt gefunden, der mir ein paar Medikamente verschrieben hat, die auch Frauen kriegen, wenn sie schwanger werden sollen, nur die sind eigentlich nicht für Männer quasi zugelassen. Ich habe aber genau das probiert. Acht Wochen später war ich fruchtbar. Gut. Hat dann funktioniert und genau das Gleiche machen wir quasi gerade auch wieder, weil das sonst bei uns nichts wird. Okay. Und wir haben halt auch, wir sagen, okay, wir wollen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für uns, um Kinder zu kriegen. Also wollen wir es schnell, dann nehmen wir irgendwie die Sache, die die höchste Chance hat, also quasi mit Kinderwunschzentrum. Und eine Frage, die ich mir in dem Ganzen echt immer wieder stelle, ist, wie ich meine Kinder erziehen möchte. Weil ich weiß, dass dadurch, dass mein Vater schon erfolgreich war, hatte ich nie den Drive zu sagen, ich kann irgendwas machen, was mir keinen Spaß macht. Also ich war quasi im Studium die ganze Zeit irgendwie verloren. Ich habe nur nebenher mir medizinische Themen angeschaut, weil mir das halt Spaß gemacht hat. Aber da bin ich halt dann nie hingegangen. Und erst als ich dann durch Social Media das gefunden habe, was mir Spaß macht, war ich so, okay, jetzt macht es mir halt, jetzt kann ich 100 Stunden arbeiten. Jetzt ist alles, alles fein. Und ich weiß aber nie, wie ich meine Kinder erziehen möchte, wenn sie mit Erfolg zu Hause aufwachsen und so weiter. Hast du dir diese Gedanken gemacht, als du gesagt hast, okay, ich kriege jetzt Kinder, wie will ich die oder wie gehe ich mit Kindern mit Geld um? Nee, also die kamen, die kamen, die haben ja im Prinzip neun Fehlgeburten gehabt. Also insofern war das bei uns auch eine komplizierte Nummer. Dann kennst du das, was dann auch mit Frauen los ist und das ging ja so im Prinzip bei uns ja in die letzte Phase. Wir haben die Kinder ja relativ spät bekommen. Ich war glaube, 38 kam, war 36, wie in der Wiener das erste Kind kam. Und das zweite kam dann in Folge nach 14 Monaten direkt wieder im frühesten Stadium, wo du wieder Kinder machen konntest. Da muss ich die Frage stellen, wie ihr es emotional geschafft habt, so viele quasi mitzumachen, weil das muss ja auch unglaublich belastend sein. Ich merke es ja jetzt schon bei einer, wo man schon sagt, hey, das ist nicht schön. Ja, das war bei uns ähnlich so. Wir sind dann auch zu Ärzten gegangen, die dann auch gesagt haben, ja, das funktioniert nicht. Unsere Gene, die funktionieren zusammen nicht. Und man sieht ja heute, wir haben zwei gesunde Kinder, das scheint ja doch zu funktionieren. Also auch der Arzt hat keine Ahnung gehabt. Nee, das musst du wegstecken. Und da war die Kamen, glaube ich, auch stark genug. Und wir waren als Partner in der Partnerschaft auch stark genug. Wir sind jetzt über 40 Jahre zusammen und haben uns da gegenseitig dann auch den Halt gegeben. Wir haben dann irgendwann gesagt, so, jetzt kaufen wir uns ein Haus in Saint-Tropez, bauen da eine Partystation rein, also ein großes Barbecue mit Musikanlage, mit allem drum und dran. Und jetzt machen wir Party bis ans Ende des Lebens, weil ohne Kinder, dann hast du auch keinen großen Inhalt mehr. Weißt du, Geld hast du genug verdient und dir geht es gut. Also machst du einfach nur noch Party. Das war eigentlich die Grundidee der ganzen Geschichte. Und dann kam Kind Nummer 1 und Kind Nummer 2 und dann hat sich das auf einmal alles wieder gedreht. Dann musste die Autos changen aus dem Sportwagen, mit einer Limousine und das Boot musste weg, weil es zu gefährlich war für die Kinder. Dann haben wir die ersten fünf Jahre gesagt, lieber kein Boot, bis die Kinder mal wieder schwimmen können. Das sind dann alles so Situationen, die dann kommen. Aber wir haben uns mit der eigentlichen Erziehung erstmal, haben wir uns überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Für uns war eigentlich nur wichtig, dass die Kinder behutsam sicher aufwachsen. Das ist ein ganz großer Punkt gewesen. Der war bei uns natürlich aufgrund von Monaco natürlich geil gegeben. Monaco ist relativ klein. Jeder kennt fast jeden. Monaco ist ziemlich sicher. Das ist schon damals komplett videoüberwacht gewesen. Es gibt gute Schulen. Insofern ist auch das Netzwerk für die Kinder, wie sie aufwachsen, mit Sicherheit ein gutes. Haken könnte man vielleicht sagen, okay, es ist keine große Stadt. Also insofern ist es begrenzt. Ich glaube, das Begrenzte war für die Kinder gut. Und das Nächste, was wir sehr wahrscheinlich gut gemacht haben, was auch manchmal eine gefährliche Nummer ist, haben wir jetzt auch mit Bekannten darüber gesprochen, ist diese Klickenbildung, wenn die Kinder am Wochenende nichts zu tun haben. Nämlich die Schule ist am Freitagnachmittag vorbei und wenn die dann Samstag, Sonntag nichts zu tun haben und dann hängen in irgendwelchen Parks ab und der eine raucht, der eine raucht Gras, der Nächste raucht nur Zigaretten, der andere trinkt Bier, der Nächste trinkt schon Korn. Und das haben wir Gott sei Dank im Unterbewusstsein weggenommen, indem wir jeden Freitag gesagt haben, raus aus Monaco, ab nach Saint-Tropez. Hätte es das auch in Monaco gegeben? Das gibt es auch in Monaco, ja, ja. Wir haben in Monaco genauso Kinder, die aus der Rolle tanzen, die schwer am Alkohol hängen oder den ein oder anderen Joint rauchen. Ich glaube, da gibt es aber echt einige Kinder, die es nicht einfach haben, mit so viel Erfolg bei den Eltern aufzuwachsen. Kommt auch dabei. Viele Eltern, die vielleicht auch nicht oft zu Hause sind oder wo der Vater die ganze Woche auf Tour ist, zwischen New York und London und weiß der Kuckuck was und dann sind die Kinder natürlich verloren. Und wir haben natürlich einen ganzen Haufen, die in Monaco rumlaufen, die so gestopft sind mit Kohle, die das alles gar nicht interessieren. Die kommen in die Disco, dann heißt es erstmal 10 Flaschen Wodka und 20 Flaschen Champagner und dann geht es los. Und das haben wir natürlich unseren Kindern weggenommen, indem wir gesagt haben, Freitags geht es ab nach Saint-Tropez oder es geht aufs Boot oder wir gehen die Geissens drehen. Wie gesagt, die Kinder machen das, seitdem sie sechs sind und sieben. Die hatten gar keine andere Chance als ihre Urlaube praktisch mit Papa und Mama. Wie war das im Nachhinein für die Kinder? Also haben die dann, als sie zum Beispiel realisiert haben, wie früh sie schon im Fernsehen waren, dann keine Ahnung, mit 12, 13, 14, 15, war das von Anfang an cool für die? Also wo sie gesagt haben, geil, danke Mama, Papa, dass ihr das so gemacht habt? Ja, da müsste man sie eigentlich jetzt selber fragen. Also bei uns kam es auf jeden Fall so rüber, dass sie es teilweise cool fanden. Dann in dem Moment, wo eben nichts mehr cool war oder wo sie keine Lust hatten, haben wir sie dann auch rausgelassen. Da gab es natürlich die Tage, wenn sie mit Freundinnen spielen wollten etc. Dann haben wir auch gesagt, ist okay, braucht ihr nicht. Ansonsten haben die Kinder natürlich auch einen gut durchgeplanten Urlaub erlebt, jedes Mal. Das heißt also, da haben immer Leute dran gearbeitet. Wir waren mit dem Boot unterwegs, wir haben dreieinhalb Jahre lang eine Weltreise gemacht. Die Kinder haben alles gesehen, also alle großen Städte dieser Welt sind sie gewesen, bereist mit dem Boot. Auf dem Boot hast du natürlich allen Spielzeugzauber, den Kinder sich im Prinzip eigentlich nur erträumen können, egal ob das Rutschen waren, egal ob das irgendwelche Floatingboots waren oder Seedos oder Jetskis etc. Und wir haben teilweise ja auch Lehrer dabei gehabt, die die Kinder dann unterrichtet haben, wenn wir auf den Philippinen unterwegs waren oder in der Karibik. Und ich glaube, das war für die Kinder gerade in dem Zeitalter zwischen 10, 11, 12, 13, 14, war das eine gute Zeit, das zu machen. Alles, was du danach machst, wäre zu spät gewesen. Wenn ich also heute sagen würde, wir machen eine Weltreise, dann würden sie sagen, wir sind nicht dabei, wie jetzt bei der New York-Kiste. Der Flug ist uns zu weit, für eine Woche haben wir keinen Bock. Damals gab es da keine Lösung für. Dann hieß es, alles klar, mit 8 oder 9, ihr kommt mit, fällig aus. Ich finde es so crazy zu überlegen, dass das alles ja geklappt hat, obwohl Ärzte gesagt haben, hey, das funktioniert nicht. Weil das ist so eine, ich glaube, in Deutschland haben viele Leute das Gefühl, okay, man geht einfach zu irgendeinem Arzt und kriegt automatisch eine gute Behandlung und realisieren gar nicht, wie viele schlechte Ärzte es auch einfach gibt. Das ist halt wie in jedem anderen Job auch. Deshalb sollte man sich ja meistens immer zwei oder drei Meinungen anholen. Also was ich da auch schon alles erlebt habe, wie Deutschland auch teilweise in der Steinzeit von der Medizindenkweise ist. Kleines Beispiel, wenn du Herz-Kreislauf-Gesundheit dir anschaust, dann schaust du bei 40-jährigen Personen das 10-Jahres-Risiko an. Aber das ist ja schon offensichtlich, dass das einfach nicht wirklich viel Sinn ergibt. Man will ja eigentlich, wenn man 40 ist, nicht nur sagen, vielleicht schaffe ich es bis 50. Mal gucken, wie das läuft. Und ich habe da ein Projekt, wo mich deine ehrliche Einschätzung unglaublich interessieren würde, weil ich glaube, du kennst viele Leute, die in diesem Bereich sind. Ich habe mich seit anderthalb Jahren extrem in das Thema reingefuchst, wie man möglichst lange gesundheitlich optimiert leben kann. Also weil, ich sage, ich habe super viel Glück im Leben, irgendwie relativ früh das machen zu können, was mir Spaß macht und ich will das irgendwie möglichst lange machen. Wie findest du den Gedanken daran, dass das irgendwann vorbei ist? Kannst du damit gut schlafen oder denkst du, ist ja schon schade irgendwann, dass es mal vorbei ist? Ich mache mir da im Moment noch gar keine Gedanken drüber, obwohl ich ja sehr wahrscheinlich näher dran bin als du. Aber ich hatte eigentlich von meinen Eltern her, von meinem Opa, Oma, die sind eigentlich relativ alt geworden. So habe ich ja sehr wahrscheinlich noch ein paar Sommerzeit. Ich verlängere die natürlich dadurch, dass wir uns jetzt in Dubai auch niedergelassen haben für den Winter. Dadurch erhöhst du natürlich die Sommertage extrem. Also du machst praktisch aus vielleicht 30 Sommer, die du noch vor dir hast, machst du 60. Wir versuchen uns natürlich irgendwo korrekt zu ernähren, machen ein bisschen Sport, könnte ein bisschen mehr sein, gebe ich ja zu. Aber ich habe da im Moment noch gar keine Gedanken dran an den Tag, wo es dann erledigt ist, weil der kommt ja wahrscheinlich genau in den Moment, wo du nicht mit rechnest. Bei mir ist es einfach so, ich habe auch keine Angst vor dem Tod, sondern es ist eher so ein, ich möchte eigentlich nicht, dass diese Reise irgendwann vorbei ist, weil es macht halt echt Spaß. Ja, aber ich glaube, wenn du dir dann mal so alte Leute anguckst, wir hatten da auch ein paar im Bekanntenkreis, weil logischerweise, wenn du 30 Jahre lang in Monaco bist, da sind natürlich auch mal ein paar dabei, die dann irgendwann mal das Zeitliche segnen. Und wenn du dann merkst, dass die Leute alt werden, also in Richtung von 80, 85 oder teilweise auch 90 oder kam ihre Mutter, ist mit 85 gestorben im letzten Jahr und du siehst, wie die dann nur noch vor sich hin vegetieren, weil sie auch krank sind etc., weil sie nicht mehr aus dem Bett rauskommen, weil sie einen Rollator brauchen oder weißt was ich. Ich glaube, dann kommst du irgendwo in so eine Phase rein, wenn du in dem Alter dann bist, wo du sagst, so jetzt ist gut, jetzt habe ich die Schnauze voll. Es ist immer ja, weil einfach die Lebensqualität so abgesunken ist. Exakt. Das ist auch das, was gerade so dieses Projekt ist, was wir machen, wo ich auch die Jungs von CVC mit an Bord habe, weil wenn du dir so diese Lebenskurve anschaust, in der aktuellen Medizin ist ja so, man hat irgendwie eine hohe Lebensqualität für eine lange Zeit, irgendwie bis 70, 80 meistens und dann geht es irgendwie rapide bergab und das verlängern wir dann nochmal irgendwie. Jemand hat einen Herzinfarkt und ist irgendwie halbseitig gelähmt und das verlängern wir dann aber nochmal und zögern wir es raus und wahrscheinlich hat man halt dann nicht mehr sonderlich viel Lust. Das ist ja wahrscheinlich genau die Phase, wo du dich dann noch damit auseinandersetzt und sagst so, jetzt bin ich 90 und wenn ich jetzt noch ein Jahr habe, dann ist es gut und wenn es noch ein Jahr ist, ist es auch gut, aber ich glaube, du bereitest dich dann, glaube ich, darauf vor. Ich kann es ja nicht sagen, ich bin in dem Alter noch nicht, aber ich glaube, dass wir da alle hinkommen. Das ist meine Frage, weil man kann, also jetzt auch schon, erst recht in deinem Alter, aber auch schon mit 25, kann man, wenn man ein paar richtige Faktoren angeht, relativ viel verhindern. Kleines Beispiel, Lebensrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also irgendwie Herzinfarkt, Schlaganfall. Wenn du alle Faktoren optimal hast, dann hast du ein 2% Risiko, also quasi nichts. Wenn du nur einen leicht erhöht hast, bist du schon bei 30%. Und ich frage dich das, weil ich mich tatsächlich einfach auf einer persönlichen Ebene frage, wie müsste man eine Person wie dich, der es gut geht, die ein Vermögen hat, die sich auch medizinische Services leisten kann, wie müsste man dich approachen, damit du dir denkst, ich finde das Thema interessant, quasi zu sagen, was sind einfache Sachen, die ich machen kann, um quasi 5 bis 10 gesunde Lebensjahre rauszuholen. Wie müsste man dich approachen, damit du sagst, okay, das finde ich interessant? Ja, das wäre natürlich, das Ganze fängt ja schon an mit der ganzen ärztlichen Versorgung. In Monaco ist die eigentlich relativ gut und dadurch, dass das ziemlich privat abläuft, also auf der privaten Bezahlung, kriegst du auch einigermaßen Termine. Aber ich erlebe das hier überall, wenn du jetzt heute eine Untersuchung machen willst bei einem Sportarzt etc., dann musst du heute einen Termin machen und kannst nächstes Jahr kommen, so ungefähr. Das heißt also, das müsste eigentlich schon mal verbessert werden, dass du im Prinzip eigentlich Zentren hast, wo du hinkommst, ohne große Anlaufschwierigkeiten und sagen kannst so, ich will jetzt hier mal eine Beratung haben, jetzt sag mir mal, was ich hier tun muss. Mess mal meinen Blutdruck, nimm mal mein Blut ab und sag mir, was ich hier tun muss. Und ich glaube, das ist das, was im Moment noch fehlt, dass es diese Möglichkeiten ziemlich einfach gibt. Wird das so lustig? Ich habe auch irgendwo gelesen, Ich habe das jetzt zum Beispiel, Beispiel ist jetzt wieder Darmspiegelung. Ich habe jetzt vor einem Monat mich darum gekümmert, dann hieß es, ja jetzt kannst du am 22. kommen, dann mach mal mal eine Vorbesprechung. Also bis das Thema erledigt ist, gehen da zwei Monate rum. Und das auch in Monaco. Und sehr wahrscheinlich, wenn du in Deutschland keine Kontakte hast, dann dauert es auch drei Monate. Und das ist eben das große Problem. Das ist genau das, was ich glaube, wenn man das den Menschen nicht einfach macht, also keine Ahnung, wenn es zum Beispiel jetzt eine Blutabnahme gäbe, dann fände ich es ja auch viel cooler, wenn zu dir ein Sanitäter nach Hause kommt, nimmt das morgens ab, während du irgendwie... Das habe ich zum Beispiel in Saint-Tropez. Deshalb machen wir jedes Jahr mindestens mal ein großes Blutbild, weil der kommt, puppt, nimmt dann seine acht Proben, die er da braucht und dann hast du dein Blutbild nach drei Tagen oder nach zwei Tagen. Und das finde ich zum Beispiel cool. Und das war genau dasselbe. Ich habe einen bekannten Freund, wie heißt der, der in Worms große Augenklinik hat und wir haben uns vor 14 Tagen, nein, vor drei Wochen, das ist jetzt schon her, die Augen operieren lassen, haben uns die neuen Linsen einbauen. Jetzt brauchen wir keine Kontaktlinsen, nichts mehr. Also das ist echt eine ganz andere Lebensqualität. Und das war eben nur der Grund, weil eben kein großer Termin, ich konnte montags dahin, montags die Untersuchung, eine Stunde nach der Untersuchung wurde das erste Auge gemacht, am nächsten Tag das zweite. Ich war nach drei Tagen wieder zu Hause und kann gucken wie ein Adler. Richtig gut. Was sind so Ziele, die du noch im Leben hast? Gibt es was, wo du sagst, okay, das ist so der Weg? Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich habe mit Sicherheit noch ein paar Ziele. Ich werde nochmal das ein oder andere Haus bauen, ich werde nochmal das ein oder andere Penthouse mit Sicherheit umbauen. Auch in Dubai müsste ich mit Sicherheit noch ein bisschen mehr aktiver unterwegs sein. Wir werden nach wie vor die Geistens weitermachen, solange wir die Leute uns sehen wollen, solange wir gute Einschaltquoten haben. Wir werden daran basteln, dass die Kinder auch eine Perspektive haben, dass die auch einen Job haben, den ihnen Spaß macht und müssen einfach abwarten, was jetzt so auch Family-mäßig passiert, was die Kinder irgendwann mal für Freunde anschleppen, ob da geheiratet wird, was da passiert. Ich meine, das haben wir natürlich jetzt alles ja irgendwo vor Augen mit 19- und 20-Jährigen. Da wird mit Sicherheit noch spannende Ereignisse vor uns stehen. Mega cool. Ich glaube, das ist ein gutes Ende der Folge. Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Mega cool. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, also ihr seid einfach eine unglaublich interessante Familie und daher Dankeschön.